Das Frankfurter Festhalenturnier. Gigantisch, sportlich, weihnachtlich, gemütlich. Die Macher an Katrin Linsenhoff und Paul Schockemöbe. Ihre Stärken. Sehr natürlich, eine treue Freundin mit einem großen Herzen. Die Liebenswürdigkeit, die absolute Glaubwürdigkeit bei dem, was sie sagt und was sie macht. Und eine Person, die man einfach lieben muss. Ich muss sagen, ich bin ja hier mehr oder weniger aufgewachsen. Meine Mutter ist ja jetzt schon gestartet. Und ja, ich war als Kind immer dabei. Ich war das Schleifenmädchen und das war für mich das Größte. Seine Stärken. Einzigartig, weltführend, unverzichtbar. Das Pferde verrückt, leidenschaftlich. Das er auch machen lässt von mir und von uns. Ich bin, ich glaube, 1969 zum ersten Mal hier geritten. Ich habe damals eins meiner ersten Erfolge gehabt mit dem SB-Springen. Und hatte einen Konkurrenten, Hauke Schmidt. Bei Hauke riss der Sattelgurt am Absprung. Dann segelte er mit dem Pferd über die Mauer und landete aber neben, im Sattel, neben dem Pferd. Der Sonntagabend danach ist immer noch mit einer unglaublichen Euphorie, weil man dann zurückschauen kann auf die vielen schönen Erlebnisse, die man hatte. Dann esse ich meistens einen Steak am Flughafen und fahre dann nach Hause oder fliege nach Hause. Aber das kann auch sein. Frau Pferde. Der Sonntagabend.